Hallo miteinander, mein Name ist Matthias Thurnherr, ich bin Physiotherapeut und bin am Wochenende beim Leichtathletik-Hypomeeting im Einsatz. Wie es werte am Wochenende wird, das erfahren wir jetzt gleich. Heute miteinander zum Regionalwetter vom Wettering vor Arlberg am 24. Mai 2018. Wir stehen heute in Götzis im Mösle-Stadion, wo am Wochenende das Leichtathletik-Hypomeeting stattfindet. Schauen wir zuerst noch zurück, die letzten Tage. Die waren nämlich vor allem mit der Arbeitsstunde recht konvektiv mit Gewitterschau. Und gestern ist speziell im Raum Blutitz zum Beispiel ein Schauer durchzogen mit einer Niederschlagsrate über 100 mm. Also da hat es ordentlich angewischt für kurze Zeit. Das heißt, die Gärten sind jetzt so auf ihre Kosten gekommen und haben genug Wasser gekriegt. Am Wochenende wird es jetzt dafür ein bisschen trockener. Am Freitagmorgen, da wird sich das Wetter von der Frühwerk schon überwiegend sonnig zogen. Und die Temperaturen, die stiegen wieder an auf Werte um die 25 Grad. Und selbst in Lechdome am Arlberg, da gibt es höchste Werte für bis zu 20 Grad am morgigen Freitag. Der Samstag, der erste Tag vom Hypomeeting in Götzis, der wird dann absolut summerlich, also nicht vergessen zum Einkommen. Denn von früh bis spät schien die Sonne und es entstanden wirklich noch ein paar lokale Quellwolken über den Berg. Die Gewitter sind, die Ausnahme und die Temperaturen, die schaffen es dann schon auf bis zu 27 Grad. Es wird recht warm, summerlich warm am Samstag. Und bevor wir uns den zweiten Wettkampftag anschauen, fragen wir den Physiotherapeut, was er jetzt als Sportler noch empfiehlt. Matthias, was ist aus Sicht von einem Physio wichtig an dem kommenden Wochenende bei der warmen Temperatur? Also wichtig ist vor allem, dass sie sich trotz der warmen Temperaturen gut aufwürmen. Die Athleten sollten natürlich viel trinken, weil durch den Schweißverlust sich so gern Krämpfe ergehen. Und was sehr beliebt worden ist in den letzten Jahren, ist, dass sie nach dem ersten Wettkampftag in ein Eisbad hineingehen, um sich praktisch den Entzündungsprozess ein bisschen runterzusetzen und für am nächsten Tag richtig zu regenerieren. Weiters werden wir auch noch versuchen, dass wir sie gut lockern mit Massagen, damit sie am nächsten Tag einfach wieder voll fit starten können. Am Sonntag kann die Temperaturen noch einmal ein Spürchen höher. Sie können lokal im Riettal bis zu 30 Grad erreichen. Die Sonne scheint wieder von morgen bis zum frühen Nachmittag und dann fängt es an zum Brodeln über den Berg, wahrscheinlich am späteren Nachmittag schon vom Sentis her, in dem Bereich erst die Gewitter. Und da in Götzes machen wir dann auch am Frühjahrabend schauen, ob man trocken durchkommt. Dann bis zum Winter wird vor allem die Laufwärtswehe und das heißt in Götzes meistens, vor allem beim 100 Meter, läuft dann ein leichter Rückenwind. Sonntagabend gibt es Gewitter und dann am Montag und Dienstag, da wird es wahrscheinlich wieder ähnliches hier, Tagesgangwetter mit sonnigem Vormittag und frühen Nachmittag. Und dann erst im Verlauf vom Nachmittag fängt es wieder an zum Brodeln über den Berg und es gibt lokale Gewitterschauer. Mittwoch Kaltfront, aber nur kurz und danach wird sich das Wetter denn ähnlich präsentieren wie jetzt. Ein Spürchen kühler wie am Wochenende mit Höchstwerte von bis zu 20 oder 25 Grad. Und mit einer sonnigen Aussicht für das Wochenende verabschiede mich jetzt auch in selbige und ich tue es jetzt richtig Richtung Wochenende. Ciao miteinander! Untertitelung des ZDF für funk, 2017